So lange, wie gesagt, auch schwarzer Klumpen mit vier Capes sind, ist alles in Ordnung. Ich glaube, das passt so. Okay, passt. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LensTV natürlich mal wieder. Und die gottverdammte Winterpause ist, Gott sei Dank, jetzt schön langsam auch mal wieder vorbei. Es gibt ja genug zum Besprechen. Wir haben wieder die elitäre Runde heute am Start. Lieber Stefan, lieber Michael und lieber Gräber. Dummich auch. Danke, dass ihr alle wieder euch die Zeit genommen habt. Und ja, es hat sich ja einiges getan bei den Backis, also auch allein schon innerhalb der Transferphase. Und ich würde eigentlich auch sagen, wir starten erst mal mit den Transfers. Man hat ja wieder so den ein oder anderen Abgang schon zu verkraften gehabt. Angefangen jetzt bei Fabian Koch, der hat ja wieder den Weg zurück nach Tirol gefunden, in seiner Heimat. Markus Pink, der ist zur Admira. Ja, gewechselt. Und man hat auch den ein oder anderen Abgang, ja, der vielleicht sich bald konkretisieren könnte. Dominguez ist gerade im Moment so ein heißes Thema, wer ihr ja da Bescheid wisst. Und ja, dann wird, glaube ich, keine Ahnung, ob es jetzt noch so extrem aktuell ist, aber das Gerücht Despotov zu Sparta Prag stand ja auch eine gewisse Zeit im Raum. Ich glaube persönlich jetzt auch nicht, dass da im Winter noch was passiert, aber ausschließen darf man bei den Blackis ja auch nie was. Das hat man ja am Beispiel Uros Martitsch damals noch gesehen. Da hätte ich mir nämlich auch nicht gedacht, dass der dann wechselt. Aber okay, also, es hat sich ein bisschen was getan, transfertechnisch. Stefan, ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Was ist so deine Meinung zur bisherigen Transferperiode in diesem Winter bei den Blackis? Und was würdest du denken, was vielleicht noch passieren könnte an der einen oder anderen Stelle? Also, dass Koch gegangen ist, war ziemlich absehbar. Er hat nicht mehr viel gespielt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte für ihn selber, dass er nochmal daheim in Tirol spielen kann. Ja, Pink, man mag dazu stehen, wie man mag. Viele sind froh, dass er gegangen ist. Hat auch nicht viele Einsatzzeiten gehabt bei uns. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Lösung. Und ja, wehtun würde, wenn dann Dominguez. Da ist halt die Frage, passiert es, passiert es nicht im Moment? Schaut es ja dann noch raus, dass er vielleicht gehen könnte. Heute beim Testspiel war er ja gar nicht dabei. Ist immer so ein Anzeichen, aber man schauen. Besser, wenn man natürlich auch Geld noch bekommen würde. Na klar, er ist natürlich, muss man erwähnen, an der Stelle auch schon 30. Der Vertrag läuft ja aus. Also dann ist die Frage, immer abzuwägen, ablösungsfrei dann gehen lassen. Dafür hast du halt das halbe Jahr dann noch. Genau. Beziehungsweise die paar Monate, muss man fast sagen. Ja. Oder halt, ja, dann schauen, dass man das Geld kassiert und halt ein bisschen was zumindest vielleicht dann reinvestieren kann oder eben in andere Baustellen. Obwohl die korportierten zwei Millionen, glaube ich, jetzt, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber... Wäre ein bisschen sturmuntypisch rein. Sturmuntypisch, ja, vor allem für so einen alten Spieler, wenn man so will. Aber, ja, mal schauen. Wenn es zwei Millionen wären würden, ja, dann muss der einen Saunapfel beißen und das vielleicht machen. Aber im Moment ist halt dürftig. Irgendwo an allen Positionen fehlt uns fast wer. Ja, deswegen ist es eine schwierige Entscheidung. Glaubst du, passiert noch was von den Zugängen her, dass wir vielleicht sogar die ein oder andere Neuverpflichtung noch mal sehen? Weil jetzt muss man natürlich dazu sagen, Donko hat sich ja auch verletzt. Also den sehen wir nicht mehr so schnell wieder auf dem Feld. Ist natürlich auch wieder eine Sache, weil in Wirklichkeit haben wir jetzt, korrigiert es mich, bitte, wenn ich mich da jetzt vertue, aber ich glaube, wir haben noch mehr zwei richtige Innenverteidiger im Moment, Metaflonitis und Spendelhofer. Also, außer es wird vielleicht ein Lubitsch möglicherweise umfunktioniert. Im Testspiel war er ja im Endeffekt, war er ja hinten. Ja, ja, Lubitsch. Aber wie wir alle wissen, das Seinespiel, was er da hinten gespielt hat, war nicht sehr überraschend. Wobei der Günther Kreisler dann aber auch gesagt, man ist auf den Donko, auf die Donko-Verletzung, ist man quasi vorbereitet mit eben Lubitsch oder sonst zur Not auch dem Geierhofer. Genau, also das wäre natürlich eine Option. Das ist natürlich wieder ein Risiko und so weiter, aber klar. Man könnte auch einfach einmal einen Jungen ins Kolte Masso schmeißen. Oder zum Beispiel einen Floffwerk. Genau. Weil laut Transfermarkt kann man als rechter, linker und Innenverteidiger spielen. Und ich schätze einmal, dass der Kochabgang jetzt für ihn auch der Türöffner sein könnte, dass er jetzt mehr in der ersten Mannschaft vielleicht spielt oder auf jeden Fall einmal ein festerer Bestandteil vom Spieltagskader ist, nachdem er sein Vertrag im Sommer auch ausläuft. Genau. Das ist ja noch. Hm? Ja. Ja. Also irgendwo ist man sowieso ein bisschen dünn besetzt, gerade jetzt in der Verteidigung. Also da ist sowieso die Frage, da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, ob da noch was passiert. Ich würde nicht ausschließen. Ich glaube ja persönlich so, dass das eher, wenn was kommen wird, eher vielleicht eine Laie oder so bis Saisonende. So einfach so vom Gefühl her oder man riskiert es wirklich und los verdammt von den Jungen spielen. Wo ich persönlich aber auch sage, ist jetzt eigentlich auch nichts verhaut. Weil ganz ehrlich, am Jungen ist einfach so, natürlich sicher ärgerst du die, wenn die Ergebnisse nicht passen. Aber am Jungen kannst du unter dem Strich eine schlechte Leistung, glaube ich, trotzdem noch mehr verzeihen, wie wenn du jetzt da einen Spieler von außerhalb holst, wo du dir gleich erwartest, dass er da hilft. Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob damit noch was passiert. Brödel spielt bei Wattfahrt nicht mehr. Ja, hast du da was gehört, wenn du da schon sowas in den Raubel hast? Ich meine, Brödel muss man sagen, ist ja jedes Jahr eigentlich Thema. Wenn er zu über will, muss er wechseln, sonst will er nicht dabei sein. Ja, nur dass eben diese Heimholung von den verlorenen Söhnen beim Leitgeb jetzt nicht gerade so die glorreichste Idee war, ist ein offenes Geheimnis, wenn das jetzt ein Brödel auch passieren sollte, wenn wir ihn heimholen, würde ich jetzt nicht verschreien. Aber der Jüngste ist halt auch nicht mehr. Bei Wattfahrt hat er, ich glaube, in der Saison auch einmal im Cup gespielt, wenn überhaupt. Und ja... Grosdem ist ja noch ein gestaunter Innenverteidiger und mit Abstand sage ich noch immer besser als wie ein Spendellaufer. Und weiterhelfen kann uns sicher. Ich meine, ich glaube, von der Qualität her, glaube ich schon, dass unser Brödel sicher helfen kann. Ich meine, natürlich ist das auch wieder, du kannst sagen, ich will nicht übertreiben, aber so ein bisschen, so eine Gallionsfigur, was du dann schon wieder am Platz hast. Weil natürlich eigene Jugend verloren, ein sohn, der wieder zurückkommt. Wir kennen das Geschichte alle paar Jahre mit irgendeinem anderen Kicker. Aber bei Brödel würde ich aber wirklich sagen, der hat jetzt jahrelang, auch wenn er jetzt, okay, in letzter Zeit nicht mehr viel gespielt hat, war durch Premier League Erfahrung gesammelt. Deutsche Bundesliga. Ja, und wenn er, es ist halt die Frage, wie die Motivation halt noch ist. Wenn er wirklich nochmal was reißen will, ist aber natürlich auch die Frage, ob jetzt wirklich für ihn Sturm so ein interessantes Thema dann ist. Und klar, die österreichische Liga ist halt einfach für die meisten Spieler, ja, da nimmt man so das ganz große Aushängeschild. Natürlich ist ein Brödel jetzt in einem Alter, wo er sich langsam wahrscheinlich auch so den Karriereende zuwendet. Und dann ist meine Überlegung aber wirklich, ob Sturm, also ob ein Brödel wirklich auf so viel Geld dann nochmal verzichten wird, dass er halt dann wirklich für Sturm da ein oder zwei Jahre aufläuft. Und das ist dann halt die Frage, wie man sich da irgendwie einigen könnte. Also ich glaube jetzt den Winter, kann ich mir das sowieso nicht vorstellen. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich schätzen eher im Sommer. Wobei ich jetzt nicht genau die Vertragsdetails beim Brödel jetzt im Kopf habe. Ich glaube bis Sommer 2021. Ja, ich glaube nämlich. Oder sogar bis 2022. Ich glaube nämlich, der läuft noch nicht aus, den Sommer. Und das ist dann die Frage, weil also ein Paket mit Ablöse und hohes Gehalt wird Sturm wahrscheinlich nicht stemmen können. Aber ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass du dann Brödel vielleicht in zwei Jahren dann spätestens bei Sturm siehst. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, wie du da hüftersportlich dann noch in dem Ausmaß, wo es das brauchen würdest. Das ist jetzt Stichwort Christian Schulz beispielsweise. Die Frage ist dann halt auch wieder da, wird der Atomkauf verlängert. Da halt auf der Vertragung sagen wir auch aus. Ja, und das ist der einzige Vertrag, der was ausläuft, aber eine Option hat. Alle anderen, die was auslaufen, laufen komplett aus. Oder sind sowieso Zeit, was dann auch noch ausgeliehen. Wobei Tanken muss, eigentlich das eine Jahr noch schon hinten draufhängen. Ja, also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass der bleibt. Also ich finde, in die Auftritte, die er gehabt hat, hat er überzeugt, meiner Meinung nach. Also eigentlich wirklich positiv. Ich hätte mir da eher ein bisschen weniger erwartet. Und ich finde trotzdem, es ist okay, weil er trotzdem noch relativ, also jetzt junger Spieler, darfst du nicht sagen, jung ist er mit 18. Aber ich sage mal, ein etwas jüngerer Spieler im Verhältnis noch, jetzt Mitte 20 gleich einmal, der aber glaube ich schon die Entwicklungspotenzial noch hätte. Also bei Donko wäre ich dann schon gespannt, vor allem, weil du ja natürlich abwarten musst, was passiert noch mit den restlichen Innenverteidigern. Was passiert mit dem Spendelhofer, was passiert mit dem Aphronitis. Aphronitis läuft aus, aber Spendelhofer hat noch zwei Jahre vertraut, oder zweieinhalb Jahre. Ja, wobei der Jahr schon heuer auch ein bisschen in der Kritik auch mal, ne. Ja, also zur Zeit kremt ein bisschen. Ja, aber gut, da musst du halt abwarten, ne, ich weiß nicht. Da glaube ich halt trotzdem, da wird noch ein bisschen was passieren. Also gerade in der Innenverteidigung, oder generell in der Verteidigung, glaube ich, da wird immer... Ich meine, der einzige Bock, den, was da Donko geschossen hat, war eigentlich beim 3-3 gegen Lask das Handspiel. Sonst hat er eigentlich, und das ist saublade, glaube ich, aber sonst war eigentlich jetzt nicht wirklich was großartig Negatives dabei, was man eher quasi auf den Tafel schreiben könnte. Wobei natürlich... Ja, Salzburg, der Abwehrversuchte, was dann beim Kräuter gelandet ist, war halt bitter, aber gut, die zwei Sachen kannst du dann teilweise ins Gesicht werfen, aber sonst eigentlich nichts. So gesehen jetzt. Ja, wobei, wie gesagt, da, ich meine, bei den Verteidigern, ich meine, jeder hat irgendein Partie gehabt, aber jetzt Gräberevöller mal drin gehabt hat, ne, fast. Obwohl da, sage ich, im Großen und Ganzen funktioniert es ja immer, bis jetzt hat es zumindest, Defensive größtenteils noch immer funktioniert, meistens. Gegen Ende vielleicht ein bisschen weniger, aber jetzt über den gesamten Herbst, würde ich schon sagen. Pauschal betrachtet hat es eigentlich, Abstimmung, von der Abstimmung her, von der Zusammenarbeit her, war es eigentlich doch absolut in Ordnung. Da kannst du eigentlich nichts sagen. Ja, ich meine, jetzt hat man eben, wie gesagt, durch die Abgänge jetzt von Pink und Koch, ein bisschen an der Breite verloren, ne, das wird eben, wenn nichts nachkommt, dann wird es eben aufgefüllt mit Jungen, nehme ich mal an. Ja, aber den Pink-Abgang, den sollte man dringlichst irgendwie jetzt noch bessern, weil mit nur einem einzigen Stürmer ins Frühjahr zu gehen. Das ist ein bisschen weniger Baller, das ist jetzt der einzig gelernte Stürmer. So ist es, mein gut, okay, Desperdorf und Rocha können zwar, oder Husberg können zwar auch als Stürmer spielen, aber die sind halt auf die Außenbahnen, ist halt der Wohlfühlfaktor doch deutlich höher und wenn du nur mit einem einzigen echten Stürmer in die Rückrunde gehst, das ist zu wenig. Klar, ne, die Geschichte ist dann, wenn er sie halt dann verletzt, aber die Frage ist, die Frage ist dann natürlich wieder, okay, was für ein Lösungsansatz? Ja, und von die Amas, da kommt zwar schon ein bisschen was nach, aber das ist alles halt mit Erfahrung gleich Null in der Bundesliga. Und das ist dann ein Risiko, was man jetzt teilweise tragen kann. Ja, gut, du hast da noch eine Warn, in meiner Frequenz, wenn du sagst, du nimmst einen jungen Grinzer her, der neigt eigentlich wie nix, der Stördungsspiel ist schnell, ist jung, der will, was man sieht, aber man muss sich dann dann nicht aufhören. Ja, darum geht Amateure kaum mehr, weil so viele Stimmen haben die Amateure jetzt auch nicht kurz. Okay, gut, aber da musst du natürlich schon sagen, ich meine, irgendwo musst du, weil das ist ja immer so ein Thema, da kannst du ewig drüber diskutieren, eine Jugendförderung bei uns, also jetzt wirklich, wenn es dann um den Schritt in die Kampfmannschaft geht, und dann muss man aber auch sagen, okay, wenn jetzt vielleicht das Kleingeld nicht da ist, dass man jetzt sagt, und das wird ja oft nach außen so ein bisschen so dargestellt, okay, wir wissen es ja, wir haben jetzt nicht das Budget, dass wir jetzt, was weiß ich, einen Despot aufsagen, jetzt gleich mal fix verpflichten können, oder solche Kicker, und solche in der Karte. Ist das ein wenig verkauft, sag ich schon? Ja, weil die 2 Millionen, was da die Runde machen für einen, klar, wenn er verkauft werden würde, es wird wählen, gar keine Frage, das wird auf alle Fälle die ersten paar Spüle richtig wählen, schätze ich mal, weil doch eher eine von diesen Säulen ist, die was die Spüle aufziehen, aber gut, er ist 30 und für das Geld musst du auf einen oder anderen wirklich wirtschaftlich denken. Klar, das ist ja, aber wie ich sage, ich würde noch ganz gerne beim Thema bei den Stürmern jetzt noch bleiben, ich meine, was wäre so eure Idee jetzt für die Transferphase, also einfach wirklich an Jungen, an Pinza beispielsweise in die Schlacht schmeißen, nicht der Meierhofer. Ja, der geht ja zur Wartenshaus, das ist ja gut. Ja, genau, exklusiv News, aber Gott, Meierhofer wieder in der Liga, so lange gegen uns die trifft, ist okay. Das wäre nixens ein bisschen, wenn Wartens noch der Teilung unten bleibt, von dem ich ausgehe, dann werden wir nicht zeigen. Ja, also von dem her ist das ja dann okay. Aber was meint's hier, passiert stürmertechnisch noch was, oder werden wir es einfach drauf ankommen lassen? Stürmertechnisch glaube ich nicht, dass das mehr was passiert. Wird umfunktioniert, oder es wird vielleicht wirklich dann, ja, immer an Jungen einmal die Chance geben. Ja, das zogst du okay. Ja, das Problem ist aber auch noch das, jetzt im Winter-Transferfenster ein Stürmer zu finden, der was günstig ist und bevorzugt, keinen Legionärsplatz braucht, ist auch extrem schwer. Ja klar, ich meine, wenn, glaube ich, das naheliegendste wäre wahrscheinlich eine Laie, das zogst vielleicht, muss man sich, ja, okay, aus Wolfsburg, das ist eher kein, vor allem kein österreichisches Pass, oder eher Söten, also jetzt von den Stürmern. Dass du keinen, irgendwo aus Deutschland, oder so, einen österreichischen Stürmer auf Laie holst. Genau, das zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt im Kopf habe, wo spielt er schnell in England, auch der Schmid, der was bei der Mierer war, der 21-jährige Angreifer, ich glaube, Barnsley, wenn ich mich nicht verdure, wo er dabei, glaube ich, noch nicht so die Rolle spielt, also der ist jetzt 20 oder 21, wo man, auf jeden Fall Schmid, ich habe den Vorname leider nicht im Kopf. Gott sei Dank hast du es mir nicht Hinterseer gesagt, also dann hätte ich da jetzt was da. Erst, na, außerdem, glaube ich, den braucht vom, erstens einmal, na, einfach na, und zweitens, zweitens auch na, aber ich glaube, das vom Sprüller Typ auch nicht einmal, wie es sein muss, wenn du über den Hinterseer nachdenkst, kannst du wirklich über den Neuhof auch nachdenken. Na, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, da war ich, wappten sie jetzt schneller. Ja, zum Glück, zum Glück, ich wappten sie jetzt schneller. Aber, ich bin ja nicht besser darüber, ganz ehrlich. Der Jimmy Hoffer ist Gott sei Dank einfach nicht mehr von Gänseer, der war ja einmal im Gespräch. Ja, bitte, kommt von alle. Ja, hey, jeder hat einmal auch gehört, dass wir und Meier jetzt den Lightclub gehabt haben, das kann halt nicht immer hinhauen, aber okay, dass wir jetzt einmal probieren, ist ja auch irgendwie irgendwie. Ich kann das wieder umfusionieren. Ja, sonst den Haus Mario reaktivieren. Schicken drei Wochen aufs Daufbandl und der ist grazil wie ein Gazelle mit 18 Uhr. Okay, aber das heißt, transfertechnisch worten wir einfach ab, hätte ich gesagt. also jetzt konkrete Namen schwirren ja jetzt auch nicht herum und da worten wir einfach ab und trinken Tee oder Bier an der Stelle. Ja, aber am gescheitesten ist es wirklich, wenn du jetzt ein Österreicher, der was irgendwo jetzt beim ausländischen Verein, jetzt Deutschland zum Beispiel, aktuell keine Chance hat und dann dann wirklich auf Leihbasis für die Rückrunde holst. Klar, ich glaube, auch wenn was passiert, wird es auch eher nur die Variante werden. also kommt der zur Spielpraxis, der ist auch froh, dass von der Geholzler ist, in der Wahl einmal los sein und für uns ist in Sachen Stürmerposition die Rückrunde mal abgesichert, weil du ein Backup hast. So ist es. Und Notfalls wird eher ein bisschen... Können darf man nicht vergessen, es geht um die Europlätze. Ja, das ist das Neugeste. Ja, ich meine, das ist dann wieder natürlich eine Geschichte, auf der einen Seite willst und musst du mehr oder weniger in den Europa Cup, und auf der anderen Seite soll die Mannschaft sich ja trotzdem auch noch weiterentwickeln können. Und das ist natürlich auch irgendwo sowieso ein bisschen eine schwierige Geschichte. Aber okay, ich würde dann sagen, Thema Transfer, lassen wir dann an der Stelle vielleicht. Wir haben ja noch eine ganz spannende Geschichte. Ich meine, erst einmal, was man ja so gehört hat zum Thema Stadion. Da soll es Erneuerungen geben oder zumindest ein heftiges Gerücht, dass da in Buntigam eben jetzt eine Fläche gekauft werden soll. Ja, dass man das Vorkaufsrecht hat. dass man das Vorkaufsrecht hat. Oder der Sturm, das das Vorkaufsrecht hat. Ich meine, da bin ich sowieso gespannt, ob da erst einmal, ob da überhaupt was tragen ist. Und auch wie das, wie in welcher Form das realisiert werden könnte. Michi, was meinst du da dazu, zu der Thematik? Also generell beim Stadion. Glaubst du, passiert da was? Oder ist das nur ein großes, vielleicht ein bisschen die Stadt so, sagen wir mal, ein bisschen aufwecken? Also ich persönlich glaube, dass an dem nichts dran ist. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass im Endeffekt das finanzierbar ist. Was, so wie das da sich auftagert. Vor allem ist dann die nächste Frage, wie, was hast du für eine Anbindung? Wo hast du die ganzen Parkplätze wieder? Die ganze Infrastruktur, was du dann da unten aufbauen musst. Und die Fläche, was ich jetzt da weiß, wo dieses Grundstück sein sollte, ist jetzt nicht so unbiesen groß. Dass ich sage, okay, ein Stadion ja, aber nur das, was da... Das rundherum fällt dann wieder. Rundherum, dass du sagst, dass dem Konrad das gleiche... Was, dass du sagst, du lässt Messendorf jetzt komplett weg da, oder lässt das auf, und baust alles drüben hin. Das kann ich mir nicht vorstellen. ich meine, klar, es ist ja auch das spekuliert worden, dass da ja Trainingsplätze und so weiter auch dann entstehen. Wobei es natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ob es nicht die Option dann gäbe kann, ob das jetzt ein Thema ist, dass du sagst, man könnte ja Messendorf im Grunde beibehalten. Und das Stadion hast du dann quasi punktigabend an die Gegend. Aber natürlich ist die Frage, wie du das rundherum, wie das Ganze dann in einem Konzept, in einem fertigen dann ausschauen soll. Aber ich persönlich glaube ja auch eher so ein bisschen, dass es vielleicht, wir werden es ja sehen, aber dass es vielleicht auch ein bisschen so wie Linz, vielleicht so ein bisschen ein Move ist. Weil sie haben ja eigentlich auch ein eigenes Stadion dann geplant gehabt. Aus diversen Gründen hat es dann nicht hingekommen, aber auf einmal hat es dann schon funktioniert, dass die Stadt dann quasi dem Verein dann auch entgegenkommt. Das glaube ich bei uns nicht. Zwar ein gewisser Bürgermeister in Graz, was zum Rennen hat, wird in der Stadionfolge in Liebe noch nichts passieren. Ist leider so. Ja, aber Gott sei Dank. Ich lenne diesen Namen nicht. Wir wissen Bescheid. Wo ich als interne Quellen erfahren habe, dass er bei dieser sogenannten Meisterfeier gesagt hat, er wird alles dafür unternehmen, dass der Punkt, Punkt, Punkt so schnell als möglich wieder oben ist und er alles in die Wege leiten wird. Kann man sich vorstellen, was er von Sturm haltet? Ja, aber eine andere Geschichte. Aber jetzt gehen wir mal das Szenario nur durch. Was würde die Stadt Graz machen, wenn das Stadion in Libaner jetzt nur vom GAK bespielt werden würde? Ich meine, dann denke ich mir schon, der Zuschauerschnitt, weniger Einnahmen, die Miete mal aufbringen und das Ganze. Also da denke ich mir dann schon, irgendwo braucht die Stadt ja Sturm dann auch doch. Ich habe etwas anklingen gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt so präsent ist, aber ich weiß, dass das Stadion nicht mehr länger als bei maximal 15 Jahren steht. Weil diese Grundstücke unten verkauft werden. Okay, das heißt, du musst dann sowieso ein Müschtest demnach dann sowieso zwangsläufig eine Veränderung geben. Okay, dann kann man schon unter weiter spekulieren an der Stelle. Aber sonst. Man muss auch sagen, ich glaube, der GAK hat mir damals gesagt, sie wollen es aber nicht in Liebenau spielen, weil einfach die Miete für ein Zweitligist in Steyr ist und sie einfach nur nach Liebenau ausweichen. Ich meine, man kann natürlich schon darauf spekulieren, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren dann in die erste Liga wieder zurückkommen. Ja, nur sollten sie jetzt wieder in die Regionalliga absteigen, dann gehen sie im Umkehrschluss nach Weinzelt laufen. Dann ist es sowieso wieder vorbei. Und dann ist das Thema nicht, es ist nicht endgültig vorbei, es ist da mal wieder bis zum Aufstieg auf Eis geht. Genau, und es wird sicherlich wieder so ein Thema werden und solange der Siegfried Engpunkt leider Bürgermeister von Graz bleibt, werden wir in der Causa nichts hören, außer nah, nah und noch einmal nah. Ja, und für das Projekt, was da draußen geplant ist mit Trainingszentren, das ist ja unfinanzierbar, wenn ich sage. Das Grundstück allein, 20 Millionen Euro, kostenvoll. Du müsst schon Investor kommen, das einmal wegbecken und dann Stadion bauen ist einmal das eine und da war so Trainingszentrum auch noch dazu abbauen. Was glaubst du, was das kostet? Ja, angeblich hat Messendorf, so wie es jetzt darstellt, bei allen, Pipapo drei Millionen gekostet. Ja, eben, das können wir on top nochmal drauf. Das klingt jetzt im Vergleich natürlich wenig, aber es ist natürlich, jetzt hast du eh schon dieses Geld fürs Krummstück oder für Stadion. Aber es ist halt so viel Geld und so viele Sponsoren in Graz und in der Umgebung, auch wenn es dann immer so heißt, der Holzing hat Sponsoren, so viele sind nicht bereit, da 20, 25 Millionen zu investieren. Vor allem die ganzen Aufwand, die du dann haben musst eben für die Risikospüle, für die ganzen Sicherheitsgeschichten, für die Feinzaunen, für die ganzen Tagesgeschichten, die öffentlichen Verkehr, die ÖFI-Anbindungen und, und, und. Das ist alles wirklich, wenn das so stimmen sollte, das kann sich extrem schnell zu einem Fass an den Boden entwickeln. Genau. Finanziell gesagt. Da wissen alle, wo das hingeht. Toll wäre es natürlich, eigenes Stadion zu haben, aber nicht um jeden Preis. Also es muss natürlich irgendwo, weil klar, so Thema Investor ist heutzutage sowieso eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel gar noch nach Deutschland schaust, natürlich ist es ein bisschen, ein bisschen sehr distanziert von uns. Aber wenn du jetzt das hernimmst, Hertha hat auf einmal, an einem Investor, hat auf einmal Spüller am Schirm, die, was er sich im Normalfall nicht da leisten täten. Aber dann ist natürlich, bei Sturz, ich meine, erstens einmal, ist die erste Frage, will man sowas? Also wirklich dann auch abhängig von wem anders sein? Und das kennt man ja auch nicht, also auch in unserer Liga. Aber das ist sowieso dann auch so die Frage. Das eine ist halt immer, okay, das Ganze herunter, natürlich wäre es cool für den Schutzeragungssturm, einmal ein eigenes Stadion hinzustellen, aber die Frage ist eben zu höchern. Aber im Umkehrschluss dann die Seele des Vereins verhökert, ist dann wieder das nächste. Und was ist dann wirklich der Preis dafür? So ist es. Und vor allem, es hat einmal, glaube ich, vor drei oder vier Jahren, als das Zepter vom sportlichen Sektor noch der gewisse Gerhard Kolbrich in der Hand gehabt hat, hat es einmal das Gerücht gegeben, es gibt da einen arabischen Investor, der was einsteigen will, aber ich glaube, 49% vom Verein haben will oder 50% vom Verein haben will, da hat der Kolbrich gesagt, nein, das tut er nicht. Das und seinerzeit der Durich-Schintransfer, das waren seine beiden besten Amtshandlungen als Sturm-Generalmanager, sage ich jetzt einmal. Dass er halt da quasi den Verein nicht verhökert hat und eben nicht die Euro-Zeichen in die Augen gehabt hat. Das stimmt. Und dass er dann sagen kann, dass es gegangen ist. Richtig. Aber gut, wenn man die Verträge von Romano Schmidt, den alle zwei und zwei Jahren anschaut, ja. Ja, leider Gottes, bei meinem Kolbrich, er hat definitiv ein Fachwissen, das ist einfach so, das kann man nicht abstreiten, aber Verträge machen gehört nicht dazu. Das muss ich einmal so sagen. Ja, aber zum Glück sind diese Zeiten ja auch vorbei. in der Hinsicht. Apropos, spannende oder neue Zeiten, es ist ja sowieso der Sturm, also im Moment ist sowieso eine Phase, wo man ja nicht genau weiß, wie das jetzt dann in Zukunft weitergeht. Günter Kreisel hat ja so quasi schon, nein Gott, so zwischen den Zeilen seinen Abschied angekündigt. Also es wird ja Stoak drauf, mehrere spekuliert ja schon, dass er ins zweite Glied drückt. dass das quasi eher der Andi Schicker einfach die Plätze tauschen. Genau, dass der Andi Schicker quasi da die Geschicke übernimmt. und auch nebenbei Scout ist. Das soll ja am Sarcic-Transfer zum Beispiel maßgeblich beteiligt gewesen sein, der Schicker. Ja. Was ich so gehört habe. Ich meine, was halt jetzt hier generell davon? Gehen wir mal davon aus, das Szenario tritt so ein. Der Schicker wird jetzt bei Sturm, also so quasi der spurtliche Leiter. Ich halte nichts davon. Okay. Warum? Das ist der Grund, weil ich sage, er hat meiner Meinung nach in der Hinsicht zu wenig Erfahrung. Okay, also weil der Schicker zu unerfahren ist und nicht, weil du jetzt dem Kreisel-Günther zu viel nachweinen würdest. Das gar nicht, aber ich sage, ihm fällt einfach die Erfahrung und dieses Fingerspitzengefühl, was man in den Job glaube ich braucht, das ist nicht da. In fünf Jahren ist die Sache schon, was. Vielleicht, wenn er vielleicht wirklich einschnuppert und den man langsam heranführt an das Ganze. Ich glaube schon, dass es vielleicht was werden könnte. Aber nicht von heute auf heute auf heute. Ich glaube nicht, dass das die sinnvollste Lösung ist. Es wird so sein, offiziell gibt es eben diesen Tausch und inoffiziell ist es natürlich so, dass sich die beiden unter vier Augen auseinandersetzen und dass es dann quasi eh dann so bleibt, wie es ist. Für den Anfang vielleicht. Das sagst du das erste No oder was. Also so meinst du das glaube ich. Ja genau. Dass dann quasi unter vier Augen dann der Günther Kreisel den Andi Schicker komplett in die Welt eines Sportdirektors einführt mit allen Facetten und allen Ricks. Ja gut, mit der Neustadt. Wobei mit der Neustadt kann ja auch den kann ja auch ein Sprungspfett sein. Also das ist der Kreisel genauso gekommen. Richtig. Aber kompletter Wechsel vom Kreisel weg wäre natürlich jetzt ein ganz falscher Zeitpunkt da. Wir haben so viele Baustellen im Moment. Das glaube ich, so ein unerfahrenen, was heißt unerfahren, aber halt immerhin nicht so ganz erfahrnehmend. Wenn er zum Beispiel jetzt am Ende dieses Transferfensters ankündigt, dass jetzt ab Sommer der Schicker und er tauschen und dass er eben dann quasi bis Sommer auf der einen Seite die Kaderbaustellen oder noch drei abklappert und dann auf der anderen Seite dann nebenher den Andi Schicker quasi einschult, dann wird es im Sommer sicherlich reibungsloser über die Bühne. Also quasi, wenn man jetzt dem Schicker die Zeit gibt, dass er sich quasi mit dem Kreisel, also der Kreisel wirklich einführen kann und er das anwärmt, wenn man so will, dann würde ich auch sagen, macht es wahrscheinlich schon an Sinn. Ich glaube ja, dass die Tendenz einfach in die Richtung geht, dass der Kreisel halt irgendwo nicht mehr will oder nicht mehr kann, was auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt vom Burnout reden kann, das ist vielleicht ein bisschen zu viel eininterpretiert, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ein Kreisel Aber es ist schnell und passiv gekommen. Ja, also dass man sagen, ich habe das Gefühl, dass er viele Sachen anzupfen, was auch immer das ist, vielleicht interne Geschichten, die nicht passen, vielleicht auch einfach mit den Spülern, keine Ahnung, aber irgendwo scheint er so ein bisschen die Freude an der Arbeit verloren zu haben in irgendeiner Arbeit. Das war schon Sache, ja, wobei er auch gesagt hat, dass der nächste MES da der letzte Trainer sein wird, dem was er bestellen wird und ihm sicherlich nicht ausgehauen wird. Und das ist schon mal ein deutlicher Fingerzeig, in welche Richtung das gehen könnte und wo auch gehen wird, aber gut. Fickst es dann, wenn er es bekannt gibt, beziehungsweise fixst es dann, wenn da zu dem Thema und dem Stadion-Thema in einer Hochen bei der Generalversammlung standnummern wird. Ist hier ein gutes Stichwort, Generalversammlung. Was glaubt ihr, was rauskommt? Also, hier warten wir jetzt in dem Sinn eigentlich nicht sehr viel, was ich mir erhofft, sind Informationen über genau die Themen, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Dass man da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Das Ding ist, wir können ja von außen auch nur spekulieren, also quasi, was man halt so mitkriegt und alles. Aber klar, bis dann, wirklich ausschaut, vor allem würde es mich auch interessieren, wie schaut es dann wirklich in der Spitze aus vom Verein, wie die Ausrichtung dann einfach grundlegend dann auch weitergeht. Ob man halt da... Präsident wird der Jagd bleiben? Ja, das ist ganz sicher. Weil es doch vermutlich auch, glaube ich, keinen erztunemnden Gegenkandidaten dann ergeben wird. Also so quasi wie die letzten Jahre, kannst du sagen. Und vor allem das nächste ist auch das, was ich mir jetzt noch sagen wollte, ist diese große Fläche in Bontegam, wo wir das Vorkaufsrecht haben. Ja, wir haben das Vorkaufsrecht auf einer Fläche. Warum wir dieses Vorkaufsrecht nutzen, beziehungsweise ob wir es nutzen und was da eines Tages hinkommt, das... Das ist meine ich. Richtig. Wir brauchen einen Geldgeber, der das finanziert, das ist das nächste. Aber ein Geldgeber hilft uns die ganze Fläche nichts. Nein, und was man jetzt kann auch sein kann, dass man es jetzt einmal kaufen und dann ein paar Jahre mit Gewinn weiterverschließen, das kann auch sein. Wie gesagt, auf ein Grundstück in Bontegam ein Vorkaufsrecht zu haben, heißt das nicht im Umkehrschluss genau, dass da ein Stadion und da ein Trainingszentrum und da ein Backplatz ist. Genau, das ist eine Vorkaufsrecht, die hat nicht weniger. Das ist das gleiche, wie wenn du in einer Ereignungswohnung ziehst, die auch eine Kaufoption inklusive hätte. Man muss sich ja trotzdem nicht nehmen. Richtig. Ganz einfach. Also von dem kann man da im Grunde auch noch spekulieren. Da würde ich auch sagen, lassen wir uns wie fast immer überraschen den wieder. Ich schätze mal, bei der Generalversammlung wird es dann Antworten geben, auf nicht alle Fragen, aber auf andere Fragen. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob es neue Erkenntnisse gibt und wie die dann ausschauen würden in dem Bereich. Also ein Teil wird sicherlich geliefert werden. Bis schon. Ja. Dann vielleicht das nächste Thema. Generell, waren Sie ja jetzt dann bald das Frühjahr wieder an, also es geht ja bald wieder los. Gott sei Dank, ich hasse die Winterpause, habe ich das schon erwähnt an der Stelle. Ja. Also hasse es. Hallencup war super. Das ist unbequem. Hallencup war cool, alles für die Jugend, aber es zipft mich schon und wenn es am Wochenende dann nicht das Spiel mehr hast. Also da, nein, deswegen, ich bin froh, dass es bald wieder losgeht, ne, alle noch links. Und ja, was ist generell so eure Erwartungshaltung oder was erhofft sie euch so fürs Frühjahr? Es ist natürlich jetzt so ein bisschen waschen. Man tut immer tief stapelt und alles, aber schaffen wir es, schaffen wir es in den Europacup, auch ohne einen Pink, ohne einen Koch oder generell mit einem kleineren Kader als zuvor. Höchstwahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal einen Strich schaffen, oder? Das ist auch das erste Teil. Das ist gar nicht einmal so easy, glaube ich, wie es jetzt mal vielleicht klingt. Ich glaube immer noch, dass das Spiel in die Austria das Entscheidungsspiel werden wird. Ja, so wie beim nächsten Jahr. Vielleicht einmal ist das Auftragprogramm, also nach dem Last-Gespiel im Cup, haben wir ja Mathersburg daheim, dann ist hat Mira auswärts, dann ist die Austria, und dann ist Salzburg auswärts. Genau, dann ist Salzburg auswärts. Und dann ist ja Teilung. Wie Salzburg spielen wird im Frühjahr, war keine Ahnung, aber so viele würden wir jetzt nicht erwarten. Das heißt, im ersten Spiel haben wir ein paar Gesperrte, ein paar Verletzte. Auch spannend, was da rauskommt. Und dann bleiben jetzt zwei Spiele in der Mitte. Ich hoffe, wenn meine gute Kette gegen Lask sind, leider geht es Lobic, Hielander, Kiteischwili und Dominguez gesperrt. Und das Problem ist, wenn da das gesamte Mittelfeld gegen Lask wegfällt, das ist dann halt schon... Dann wird so viel. Also Mission Impossible ist gar kein Ausdruck. Und ich befürchte, wenn wir das jetzt gar nicht wirklich in den Sand setzen sollten, dass der Frühjahr das Auftrag dann quasi bescheiden, schön losgeht, dann ist... Also das quasi mit einem negativen Erlebnis schon ein bisschen vorprogrammiert ist. Ich meine, man muss natürlich sagen, auf dem Papier eigentlich ist ja Mattersburg als erster Gegner in der Liga wieder mal. In der Theorie immer super, in der Praxis immer schwer zu bespielen. Richtig. Was eigentlich, also was mich seit einem Jahrzehnt eigentlich anzifft, wenn ich ehrlich bin. Wobei es ist zum ersten Mal seit gefühlt 15 Jahren nicht mehr auswärts. Das ist mal der Amtsspender mal. Ja, eben. Also zum Mindesttag glaube ich auch. Wobei man heuer ja auswärts eigentlich eh super unterwegs sind im Verhältnis. Ja, wobei ich muss sagen, wenn das Tag noch nicht steht, dann wäre es ja lustig gewesen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das Auftaktprogramm ist ja trotzdem lösbar. Ich meine, auch wenn, okay, jetzt wie gesagt, das Kappspiel nicht mal außen vor lassen. Da muss alles passen, dass du weiterkommen kannst. Aber ich glaube trotzdem, Mattersburg muss schlagbar sein, Abmira muss schlagbar sein, Austria kannst du schlagen, wenn man sich nicht wieder unendlich selber die Butter von Wenn du ehrlich bist, musst du das schlagen. Oder sonst einfach ein widerliches, ungerechtes X. Aber verlieren darfst du auf gar keinen Fall. Ja, also du musst einmal, eigentlich musst du punkten. Und Salzburg, klar, da muss man wieder alles zusammenpassen. Ich sage jetzt einmal so, wenn es... Ich sage jetzt einmal so, 12 Punkte gibt es noch und sieben Punkte sind da vorne. Ja, fünf Punkte vielleicht wieder da vielleicht muss man schauen. Aber so viele Punkte sind es nicht. Aber wenn man trotzdem ganz groß auslassen darfst du auch nicht. Nein, aber ich sage jetzt einmal so, wenn wir jetzt gegen uns nicht gewinnen sollte, bleiben sie unten. Ja, ja, wir sehen. Ganz sicher. Dann ist es. Ja, ich glaube, ja. Glaubst du generell, dass ich jetzt nur so, by the way, glaubst du, die Austria schafft es noch unter die ersten sechs? Ich sage nicht. Da kommt drauf, wie wir spielen. Ja, aber das... Ja, aber das... Ja, genau. Ich weiß nicht, ich schätze, aber ohne Schmeck, ich schätze Hartberg die Konstante irgendwo. Ey, nur dass dem Hartberg, oh Gott, das ist in dem Jahr die unkomfortable Situation, dass sie halt auf Platz sechs, auf Platz sechs, dem Schleudersitz der Liga sitzen, wo wir im letzten Jahr waren. Ich meine, wir haben es mit Aachen und Krachtern geschafft, ob Hartberg dann die Ruhe und die Qualität und die Konstanz hat, es ist zu wünschen, gar keine Frage, aber es wird schwierig werden. Ich sage ja, dass der WRC jetzt abbauen wird. Ja, also der ist ein paar WRC, müsste ja irgendwo zwangsläufig der Einbruch kommen. Ich meine, an wen haben sie abgeben? Witzmeier ist weg, der Nian Bo is weg. Ja, genau. Der Solbauer ist heute bei Banzli. Stimmt. Genau, das habt ihr immer gefragt. Der Sean Weismann ist angeblich beim Ronaldo-Klub in Spanien im Gespräch. Ja, wobei, mal schauen, ich bin gespannt, ob der wirklich gleich wieder weg ist. Ich meine, der hat ja Werbung gemacht für sich. Wobei wir sagen, dass das mit dem Nian Bo das ist einfach so, weil es noch gepasst ist, Salzburg, die haben den zurückgeholt und weiterverkauft. Bei Alltag haben sie den Berischer zurückgeholt und demnächst wenn sie weiterverkaufen. Das ist einfach nur, die ersetzen den Haaland und den Minamino nicht, die schwächen die Gegner damit. Ja. Ganz einfach. Ich meine, Gottsehrlich, wer kann, der kann. Ja, nur, wie gesagt, warum hole ich sonst denjenigen von Wolfsburg oder von Alltag zurück und verschebele ihn weiter? Das macht keinen Sinn. das ist die Konkurrentschwächste, aber da bist du wieder beim Thema, na gut, wenn ich mir von Salzburg schon den Spürer auslese, ich kann ihn halt dann machen, wie sie wollen. Da darfst du dich dann auch nicht wundern. Hat man bei uns ja auch gesehen, beim Mensa. Ich meine, ich sage ehrlich, nach der Saison, nach der letzten Saison, ich habe schon, also nach dem Frühjahr, schon spekuliert, dass der dann schon bleibt im Sommer wenigstens ein Jahr live, weiß ich noch. Aber das ist halt immer das mit den Leihspielen. Es ist ein ewiges Thema. Der einzige Leihspieler, oder die einzigen zwei Leihspieler, die es jetzt bei Salzburg wirklich in die erste Mannschaft geschafft haben, sind der Költer und der Aginero. Mensa ist wieder verliehen worden, nachdem man bei Salzburg war genau einmal im Kader gestanden. Wobei, okay, das mit den Laien, an Wang haben sie ja auch ein halbes Jahr in Hamburg oder was ausgeben gehabt. Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Also das sind ja immer so Sachen da. Ich glaube, prinzipiell, die Salzburger machen das mit den Laien ja nicht so blöd. Aber ich würde jetzt gar nicht zu viel mehr auf Salzburg da versteifen. Nur ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt der Günter Kreisel wäre und ich will mich jemanden von Salzburg ausleihen für ein Jahr, ich werde mich wirklich darauf festnageln lassen, dass es dort für den Winter keine vorzeitigen Rückholklausel gibt. Das die wirklich wie beim Desperdorf hoffentlich auch ein ganzes Jahr bei uns bleibt. Das muss ja dann auch funktionieren, weil sonst musst du ja wirklich sagen, sonst können sie es ja spielen. Weil es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass dann gerade der eine Kicker, den es von Salzburg kostet, auch der der Besten im Kader ist und auch der Wichtigste. Wurscht wer dann bei der Mannschaft ist, ob der jetzt beim RC oder bei uns oder sonst wo kriegt. Und das sind dann immer die Sachen. Das ist reines Gängerschwächen. Also ich finde generell, ich persönlich bin, wenn es allein sein muss, dann nur eine, wo es eine realistische Chance danach aus, dass du den Spüler nachher kriegst. Wenn du eine Kaufoption kriegst sowieso keine bei Salzburg, das ist vergessen. Aber sagen wir mal so, du weißt okay, wenn du einen von Salzburg ausleihst, die Chance, dass du ihn kaufst, ist trotzdem relativ gering noch. Das ist einfach so. Wenn jetzt zum Beispiel Herrn Imalei von uns aktuellen, der Röcher, der ist ja immer noch, Spülern von Ingolstadt, ist ja ausgehend von uns. Aber zumindest, okay, ob du den dann kaufen solltest oder nicht, das ist dann auch... Die Kaufoption haben wir. Ja, aber zumindest... Und ich hoffe, es wird gelöst. Ich kann es nur raufen für uns. Ich meine, ich gehe prinzipiell schon davon aus. Ich glaube schon, ich glaube, das Röcher Sturm, das passt einfach. Und der hat jetzt, glaube ich, in dem... Ich meine, der ist jetzt nicht alt, für den Fußballer, klar, nicht mehr ganz so jung, aber ich glaube, so extrem viele Optionen, ja, jetzt nochmal im Ausland werden es dann auch nicht, die muss man nicht so reinstehen. Und vor allem, das Nächste ist, wenn jetzt Ingolstadt im direkten wieder Aufstieg schaffen sollte, ohne Ehren, ist dann wieder das Nächste. Ja, vor allem, ob er dann nochmal Lust drauf hat, das ist ja der Nächste. Es wird, glaube ich, trotzdem ein bisschen was damit zu tun haben, ob jetzt der Kratzeug beim KSC bleiben wird. Nein. Den nehmen wir zurück und dann ist es finitter. Mit Kalsreihe kann ich mir nicht vorstellen, dass er ihn brauchen. Glaubst du, wie kalten den dann wieder? Oder ich glaube, ja, müssen wir, oder? Der Wahl, der Wahl müssen wir sogar mal. Ich glaube, dass er so sein wird, wie beim Lackner. Zurück zu der Mira. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. das nicht. Zurück zu der Mira, aber, ich meine, die Mira hat ja eine Kaufoption für den Lackner. Ja. Und ich glaube, dass im Endeffekt beim Kratzer so sein wird, den wir zurückholen und dann sagen du, wir geben dir keinen Vertrag mit Tschüss. Weil der Vertrag läuft ja auch. 22. 221. Nein, ich glaube, der hat noch. Aber es war 21. Den Kruzurek ist da noch. Ja, aber dann sage ich trotzdem, da wird sich auch irgendwann Lösung finden lassen. Entweder wird er noch aber ausgeliehen und die holen ihn dann wahrscheinlich gratis nachher. Oder wenn jetzt wirklich der Despot zurückgehen sollte, von dem stark auszugehen ist. Kosten nehmen in Husberg auf der Seite. Kosten Husberg, Kosten Jansch und Kosten. Kosten Leber, der muss dann auch aus HP wieder zurückkommen. Wobei man sagen muss, dass wir aber das Notblick jetzt verlängern müssen. Ja. Und das ist ja weg. Ja. Aber das ist... Wunder dir das. Er will eh verlängern. Er hat in der Erde letztens in dem Interview gesagt, er hat jetzt endlich für sein Kleine oder für sein Klearnam in Graz einen Kindergartenplatz gefeiert. Ja, richtig. Genau. Nach langem suchen und langem hin und her tun und er hofft, dass es sogar auf ihrem Zug kommt. Ich meine, no mehr... Ja, ich hoffe nur nicht, dass es so hingehen wird wie beim Bootsmann. Ja, das wäre eine Katastrophe. Aber ich sage jetzt einmal so, noch mehr mit der Fahne schwenken, du pitchen, reden wir über deinen Vertrag. Ich will, kannst du ja nicht einmal mehr. Nein. Ja, da muss man halt vom Feiern dann auch kommen. Aber ich glaube auch, dass mit Husby wieder einhauen. Irgendwie vom Gefühl her, ich denke auch, dass... Ja, muss es sein. Aber ich weiß ja, sprichst du, man weiß ja nie, wie lange das dann dauert. Das Problem ist ja nicht mehr. Sie dürfen nicht schon wieder bis fünf oder zwölf warten, mit den ganzen Sachen. Weil dann siehst du, wie zum Beispiel jetzt ein Bootsmann nach Haaren als Paradebeispiel. Ich meine, gut, okay, wenn die Verhandlungen sich in die Länge ziehen, unregelige Länge ziehen, wie jetzt vor ein oder Jahr beim Dario Marisic. Ja, das kann passieren. Aber der ist dann verlängert worden. Es war spät, aber es ist dann dort passiert. Nur trotzdem, man solltet immer gut mit den Vertragsgesprächen bis wirklich fünf vor zwölf oder eins vor zwölf warten. Weil es laufen schon einige aus. Klar, im Normalfall natürlich kann man das jetzt vor außen auch leichter sagen, wie es dann wirklich ausschaut, wenn dann die eine oder andere Option für den Spieler dann auch rauskommt. Aber eigentlich sollte ja bis zur Winterpause mehr oder weniger schon irgendwo Klarheit dann schon streiten. Zumindest in welche Richtung die Tendenz schon näher geht. Also, dass man jetzt nicht bis am letzten Transfertag warten sollte oder bis am letzten Spieltag, bevor die Saison raus ist und dann schon zum Schauen, in welche Richtung geht es für den Kicker. Das ist dann auch. Das heißt zum Beispiel, die Verträge von Leitkip und Schraml wohl nicht verlängert werden. Das dürfte sich wahrscheinlich das dürfte sich wohl demnächst als offenes Geheimnis entwickeln. Aber der Rest, so wie Siebenhandel, Aflonitis oder eben Husbeck, das wäre halt schon elementarst wichtig. Klar, dass du einfach weißt, wie schaut es dann aus. So, wenn man sagen, Siebenhandel ist 30, der wird jetzt auch seinen letzten großen Vertrag unterschreiben. Genau, was ja auch, ich meine Siebenhandel war ja in dem Sommer schon bei ein paar Klubs schon wieder im Gespräch. Ich meine, na ja, was ich so gehört habe, also England, Mittelwohl war dabei. Ja, stimmt, genau. Nein, es waren schon ein paar Namen, ne? Aber, ja, das war es toll jetzt natürlich. Ja, vor allem, jetzt kommen die vielen jungen Dorhüter bei uns nach. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Ja, klar, zum Beispiel, wenn man es jetzt anschaut, den Sommer, ich glaube, das war jetzt den Sommer, Eman, zu sagen Niki. Das ist, erstens hat es mich mal, hat es mich mal wirklich gewundert, dass er dort, der ist jetzt anscheinend auch so dort, ne? Ich, nein, ja, er spürt schon, ist ein Anzeiger. Also, ich habe mir letztens, ich habe mir wirklich zufällig mal drüber gefahren, bei Transferwalt 15 Einsätze hat er gehabt. Für das, dass er bei uns Ewigkeit in der Waterschleifenfelskendese und immer fort, wenn er ihn von den Nassen gesetzt hat. Ja, wobei ich das sagen muss, natürlich, wir haben völlig gute Goal, auch in der Vergangenheit schon gehabt. Das ist dann, das ist aber dann wieder die Geschichte, was machst du jetzt, wenn der Siebenhandel ins Winkel sagt, okay, nein, er will nochmal eine andere Aufgabe. Ich will zum Beispiel in Giuliani die Chance geben. Ja, weil es kommt dann auch von der U18 kommt dann auch wieder schon der Luca Maric hoch und den kannst du auch nicht mehr dann so wirklich hinten da hängen lassen in der Waterschleifen. Der Schild ist zwar gut, aber der hängt auch schon zu lange in der Waterschleifen. Ja, weiß ich genau so ist es. Der hängt sein. Und Giuliani, der ist noch jung, der hat da ein gewisses, er hat eine gewisse Größe für den Goalie auch. Erstens Größe, zweitens körperliche ist er deutlich strammer und der macht ein bisschen was her. Und vor allem, der spürt jedes Wochen bei den Amateurs. Der Schütze sitzt du nur auf der Bank. Richtig. Das ist dann sowieso immer ein bisschen eine gute Geschichte. Weil eigentlich von der Rangliste hast du den Schützenauer her, als Pfarrer Goalie, aber Giuliani hat die Spielpraxis. Das ist dann immer ein bisschen auch so zweischeinige Geschichte. Nein, der Schützenauer ist im Sommer 2014 offiziell hochgezogen worden und seitdem hängt er als Zweier-Dreier-Gaulle in der Walderschleifen fest. Ja, wobei es das ja eigentlich auch in die Jahre oder Jahrzehnte vor hat es das Jahr immer wieder gegeben. Ja, es gibt. Dass irgendjemand aus der Jugend der dann maximal zum Zweier-Dreier-Gaulle vielleicht dann aufsteigt. Ja. Und in Wirklichkeit geht er ja dann erst weg. Wenn es noch nie gekriegt ist. Ich muss sagen, mich persönlich hat der Schritt vom Ehmann jetzt nach Griechenland doch überrascht. Aber gut, nach dem erfolgreichen letzten Jahr in Karpfenberg, was für ihn wirklich Werbung hoch 10 war. Weil da war er ja gesetzt und dass dann wirklich das mit Griechenland sich auftut. Ja, aber wenn du denkst, eigentlich hat er ja im Grunde nur bei den Amateuren immer seine Spielpraxis gesammelt und halt bei Karpfenberg eben das Jahr. Und jetzt dann ist er trotzdem in der ersten Liga zumindest erweitert der Stammspieler, wenn man so will. Ja, er hat bei uns in der ersten nie gespielt. Ich meine, er war ja ein paar Mal im Kader, aber gespielt hat er nie. Karpauer, glaube ich, hat er einmal gespielt. Eman? War, glaube ich, glaube ich jetzt auch nicht. Ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, aber habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf. Aber okay, auf jeden Fall, bei dem Thema würde ich ja bleiben jetzt nicht Eman speziell, aber eben, wie gesagt, wo kommt ja eben auch von unseren Amateuren, ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz interessantes Thema hier, ne? Die Amas sind ja eigentlich wieder sehr gut dabei in der Regionalliga Mitte, ne? Also hier ist der Aufstieg, glaube ich, schon möglich, ne? Ja, da generell mal eure Meinung, vielleicht fragen wir bei dir wieder an, Stefan, was meinst du, kehren die Amas auf, sollen die Amas auf, ist es gescheiter, lieber in der dritten Liga weiter packen und vielleicht eher so Kooperationen wie mit Lafnitz jetzt so ein bisschen, mit Tobias Koch beispielsweise, oder mit dem Tardinger? Du, das ist ein schwieriges Thema eigentlich, gell, weil es macht irgendwo Badesinn, gell? Ich finde es natürlich sehr attraktiv, wenn wir in der zweiten Liga auch noch spielen würden, das wäre natürlich schon sehr spannend, aber andererseits, ich weiß nicht, ob es ein Verein nicht zerreißt, ja, das ist jetzt die Frage, ob wir uns das finanziell leisten wollen, wir haben es auch dann noch vom ganzen Aufwand her, als du siehst, dass wir nur Baustellen ohne Hände in der Kampfmannschaft, es ist halt schwierig, auch wenn es bei denen super läuft, aber es ist halt wirklich ein gewagter Schritt, wenn sie raufkommen würden. Verlungen würde ich natürlich, und wäre es toll, für uns Fans, vor allem auch, aber ich sehe das eher ein bisschen kritisch, wenn sie in der zweiten Aufstellung sind. Also, meinst du dir einfach für was finanziell einfach schon wieder eben ein bisschen ein Loch einzuschreißen geht? Ja, genau. Es ist halt die ganze Spule, wo es so ist. Ja, das ist mein Bedenken, wo die Spule her ist. Weil es wird bei Zeiten nochmal so sein, man hat es zum Beispiel bei der Austria gesehen, die haben drei, vier Junge aufgezogen, die funktionieren in der Kampfmannschaft drinnen. Die haben ein Biest, die sind jung, die wollen. Das wollen es bei uns da vollsehen. Und ich hoffe, dass der Maestro das jetzt machen wird, dass er an Amoa eine Spielpraxis gibt, Geyerhofer, an Schabernhagsjahr, da kannst du ihn aussprechen, Respekt. Dass er drei Jungen nochmal die Spielpraxis gibt. Weil die sind jung, die sind hungrig, die wollen und die haben mich im Sommer bei den Testspiele schon wahnsinnig überzeugt. Vor allem der kleine Amoa-Bur, wie der angeht, das ist ein Wahnsinn. Ja, der ist schon, also bei den Testspiele gerade jetzt im Sommer, hat er schon aufgezeigt. Er hat er bei den Amateuren immer aufgezeigt, bei allen Spielen. Und ich sage, wenn es zu einem jetzt nicht die Chance gibt, dass der spielt in der Anza oder in der Bundesliga, ist der spätestens in zwei Jahren bei Salzburg. Das ist ja immer so auch die Gefahr da. Wie geht man dann um mit den Jungen? Weil auf der einen Seite, und da sind wir ja wieder bei der Grundgeschichte, auf der einen Seite hast du Ansprüche bei Sturm, du willst auch mitspielen und da passt das natürlich nicht ins Konzept, dass du unerfahrene Kicker in die Schlacht wirfst. Aber auf der anderen Seite willst du die Jugend auch irgendwo flören. Ja, aber das mit jetzt auch gleich ins kalte Wasser schmeißen, das hat schon ein paar Mal funktioniert. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Also 2.8 fällt mir da zum Beispiel da. Oder sagen wir mal besser gesagt 2.8 in Folge von 2.6 oder 2.7 in dem Namen, ich will es nicht gerade nennen, aber Florian Kainz war der gleiche. Richtig. Der ist gegen Juwe damals ins kalte Wasser geschmissen worden. Und hat vom Frackwerk eigentlich das ganze souverän gemacht. Das gleiche, der jetzige WAC-Trainer. Ja. Ferdl Feldhofer ist damals von Nebwitzer rausgegangen, wenn das kalte Wasser geschmissen wurde. Ja, ich meine, Fälle hast du immer wieder. Maris ist, wobei Maris nicht schon deswegen auch gespielt hat, weil andere verletzt wird. Ja, aber trotzdem mit 17 Jahren erst einmal in Salzburg dich so beweisen. Aber das ist dann wieder die Geschichte. Ich meine, wo meinen Sie, muss sich der Verein da unterm Strich da trotzdem einfach über den eigenen Schottner irgendwo mal springen und sich selber einfach einmal trauen, den Jungen halt, wenn es keine Alternative gibt, einfach spielen, einfach spielen, auf Teufel raus. Das muss ja nicht Wiener gleich Stammspieler werden, verstehst du? Das muss ja nicht immer gleich Aber zumindest mal eine Backup-Position füllen, dass er mal mit dabei ist und nicht nur von der Regionalliga quasi aus. Wenn du ihn wirklich Stück für Stück einmal in die erste integrierst und dann wirklich von hier aus bei Spielen, wo es dann eigentlich schon nicht wurscht ist, aber wo du dann nicht mehr um Soll-Folgap-Mestand in die Start-Üff stellst oder dann zur Pause bringst, eben für einen Light-Gap zum Beispiel, dann kannst du auch sagen funktioniert es oder funktioniert es nicht? Da sage ich schon, es sind natürlich auch irgendwo Chancen, weil ich denke mal ehrlich, also jetzt im Nachhinein natürlich, ich meine, ich will jetzt gar nicht den Light-Gap-Transfer-Ansicht zu viel kritisieren, man hat es probiert, man hat sich was gedacht dabei, es hat jetzt nicht funktioniert, ich gehe davon aus, es ist nicht. Ja, sein Kreis schließt sich, da muss man irgendwann das Huse wieder aufhören. Ja, das ist jetzt schön fair, aber es bringt den Verein spurtlich nichts. Vielleicht bringt es erfahrungstechnisch sicher was für die Jungen, dass er seine Erfahrungen weitergibt, das glaube ich schon, aber jetzt spurtlich gesehen war es für die Fische, sagen wir ehrlich, meine Meinung halt. Und da denke ich mir natürlich dann schon, dass bei gewissen, oder jetzt auch, wenn wir jetzt den Pink-Aufgang hernehmen, ich meine, natürlich gut, du hast dann gestanden, den Stürmer mehr oder weniger, weniger, aber dann, gut, wenn ich dann nicht die Optionen habe, dass ich von außen einen vernünftigen Ersatz finde, ja gut, dann lasse ich halt den Jungen, also zumindest auf die Bank sitzen, ich meine, da denke ich mir, es kann ja auch nicht viel passieren, wenn der, was passiert, wenn der die 10 Minuten Einsatzzeit am Schluss nicht kriegt, da denke ich mir dann schon, man kann es nur ausprobieren. Also er würde kaum vier oder fünf Eintore schießen, das würde nicht passieren, ich will sagen, aber da denke ich mir schon, okay, natürlich willst du in Europa kommen und alles, aber wenn es halt einfach finanziell, warum man immer nicht geht, und man will ja auch keine komplette Legionärstruppen haben, das ist auch okay. Aber du bist da um die Erkenntnis weiser geworden, dass halt gewisse von der zweiten, von der Amateurmannschaft in der ersten Mannschaft funktionieren und dass die was drauf haben und dass die Potenzial haben. Ja, sicher. Die Erkenntnis kann ja dann keiner mehr. Und andere halt da nicht, aber unter dem Strich muss dir das Risiko wohl oder überall da rein gehen. Ja. Und das ist immer so die Grundfrage, was man oft im Zweifelsfall wollen wir eher den Vorheren. Das wissen wir eh, wenn sie die Option haben. Wie gesagt, wenn es jetzt gegen Mattersburg angenommen, du führst in der 80. mit 4-0 oder so, dann kannst du schon mal entweder den Amor oder den Geierhofer schon einwechseln, weil dann ist es quasi dann eh schon wuld. Ja, sicher. Aber da darfst du nicht davon ausgehen, dass du jetzt unbedingt die komfortable Situation sonst spürst du die Maus. Aber ich sag jetzt einmal so, wenn es dann, wenn es dir keine Ahnung, nicht mit 4-0 oder mit 4-0, sondern nur mit 4-1 gewinnen solltest, ja, mein Gott, nein. Ja, klar. Ja, ist es halt dann die Frage immer nur, zahlt es jetzt aus die letzten 10 Minuten, dass er spielt. Also für eine Motivationstechnische Ausstelle, also für die Psychische, spürtlich ist es wahrscheinlich in den letzten 10 Minuten nicht großartig relevant, aber ich glaube schon. Also das, ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt 18 bis 20 Jahre wieder bist, und du bist jetzt Kicker, und du hast jetzt die Chance, wirklich bei Sturm, wo du Großbrun, vielleicht auch noch im Idealfall bist, dann noch ein bisschen Einsatzzeit von den ganzen, von der Kurven zu kriegen, oder generell, von den Leuten im Stadion, dann glaube ich schon, dass du dann auch nicht sagst, okay, die 10 Minuten sollen sie auch nicht mehr raus. Also ich glaube schon, dass das für die Kicker schon eine Motivation wäre. Ich sage, es ist auch viel der 70. Jahr, jetzt eine Viertelstunde, sagst du, okay, jetzt gibst Vollgas noch, kannst du es noch ein bisschen anpreisen. Ich finde, dass einfach 10 Minuten zu wenig sind, was den Wechsel betrifft. Ja, aber da gibt es ja wieder, ich meine, da kannst du jetzt drüber schreiten, da gibt es da die Nachspielzeit, und da denke ich mir auch, ein Tor braucht ein paar Sekunden. Ja, ich sage jetzt, ja, noch nicht. Ja, das hat es wohl gar nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. Muss man sagen, ja, da führen es leider andere. Aber ansonsten, so eure Meinung, noch abschließend, zu den Amateuren, auch viel mit Erna. Ich meine, der Günther Kreisler, der hat glaube ich schon ein Interview gesagt, also finanziell, wäre es kein Problem, wenn wir jetzt beide Vereine im Profibereich hätten, aber wie gesagt, wie das dann im Endeffekt dann echt sein könnte, mit dem ganzen Drumherum, nicht nur finanziell, sondern auch sportlich gesehen, und kadertechnisch, da gibt es eben nur den Weg herauszufinden, wenn es dann wirklich soweit ist. Naja, klar, weil das Modell mit Salzburg mit Liefering, wo du die Spüler hin und her schieben, wie sie ihnen gerade passt, das wird sie nicht spielen. Ja, das ist klar, wobei man da sagen muss, da hat ja Salzburg schon wieder mit Liefering, ist BASE, aber eigentlich schon, ein schönes Hintreiche, also trotzdem ja auch. Da habe ich gar nicht gemeint, mit der Janweilerleitz, oder der Lask mit der Juniars. Ja, aber da denke ich mir, ich meine, ich persönlich wäre ja, erstens einmal, für die Diamers hätten sie es natürlich schon lange verdient, klar, vom romantischen Gedanken braucht man nicht reden, da möchtest du natürlich jede Sturmmannschaft, so hoch wie möglich, irgendwo dabei sehen, aber ich glaube auch, dass es nicht schlecht wäre, weil du halt zumindest auch weißt, okay, du hast, also auch die Junge, die hat zumindest einen fixen Platz, wo sie Spielpraxis sammeln können, eine Liga ja trotzdem her, ich glaube halt auch schon aus dem, natürlich ist die zweite Liga nicht mehr so, in dem Bereich Profiliga wie früher, wo sie auch ein bisschen, aber trotzdem, du machst auch alle Fälle mal, den Qualitätssprung, von der zweiten, von der Regionalliga, in eine, ja, halb Profiliga, sag ich jetzt mal, und das sehe ich nicht mehr aus. Der Qualitätssprung ist definitiv da und die sind alle Anfang 20 und der Sprung zu dem jetzigen Zeitpunkt ist sicherlich von großem Vorteil, also wenn wir uns jetzt mit 25 erst machen. Also ich denke mir einfach, es ist vielleicht immer auch so die Option, dass du, wenn es da wirklich einen Spieler hast, wo es halt in der ersten Anfang gerade passt, wo es für Konkurrenz ist, du musst nicht immer zwangsläufig abgeben, du kannst zumindest immer noch einen Platz, glaube ich, natürlich geht das sicher nicht immer, aber unterm Strich kannst du immer einen Platz, weil die Amateure dann immer noch anbinden. Ja, weil vor allem ein Spieler, der, was jetzt zu schwach für die erste Mannschaft, aber dann doch zu stark für die Regionalligamannschaft ist, das ist ja kein Arsch. Genau, der, was sich halt in der Grauzone noch ein bisschen befindet, und für das wäre das eine gute Plattform und ich glaube, es wäre dann schon ein Argument, dass du sagst, okay, bei Sturm, ich habe meinen fixen Platz, immer in der zweiten Liga wenigstens, wenn es ist, und wenn es passt, dann spiele ich in der ersten auch. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt nur kurz, genau, Dante zum Beispiel, aber du Dante, der ist jetzt ja, ist er immer nur Testspieler bei Ried, er ist im Test jetzt vorige Woche zum Einsatz gekommen und der Ried-Trainer hat gesagt, er taugt ihm und es wird schon fest verhandelt, dass er ihn wenigstens für die Rückrunde holen und vielleicht sogar noch länger. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Sache, wo wir, wenn wir jetzt unsere Amateure in der zweiten Liga spielen hätten, wo wir natürlich dann selber auch ein bisschen Haken kenne und so, okay, Hartberg hat jetzt nicht passt, war noch eine Nummer zu groß, erste Liga ist er nicht. Ja, und vor allem das nächste, dass er hat bei Hartberg schon gespielt, aber noch nicht in der zweiten Mannschaft, und die zweite Mannschaft ist nicht der Oberleger. Ja, das ist dann der Oberleger. Und das ist dann das nächste. Genau, und das sind dann so Sachen, wo ich dann so, gut, den können Sie bei den Amateuren dann einbauen, und dann hat er zumindest ein halbes Jahr garantiert die Spielzeit. Also das sind immer die Optionen, wo ich mir denke, klar, du musst das abwägen, du hast Vorteile, du hast Nachteile, aber ich persönlich denke, ja, die Amateure, ja, die sollen wir kaufen. Ja, und vor allem, ich sage jetzt mal so, auch wenn er jetzt, gut, Reed ist der Bandführer von der zweiten Liga, und das ist für ihn sicherlich in der Entwicklung, und in der Karriere sicherlich einmal ein großer Schritt nach Fuhren, auch wenn es nur für ein halbes Jahr sein sollte. Ja, klar, aber ich schätze mal, wenn er denn so regelmäßig Einsatzzeit hat, dann wirklich geht. Ja, aber ich schätze mal, dass das Reed, wenn er ihm für das Frühjahr, und vielleicht für die Hinrunde 20, 21 ausleihen wird, dass er wirklich ein ganzes Jahr bei sich ist, und wenn sie wirklich aufsteigen, dann hat er auch ein halbes Jahr zweite Liga, oder ein halbes Jahr erste Liga. Klar, und dann hast du zumindest ein bisschen, ein bisschen der Spielkreis damals an meinen. Wie lange sein Vertrag bei uns da läuft, das weiß keiner, das ist nicht kommuniziert worden. Ja, aber ich gehe mal davon aus, okay, im Sommer ist er mal nicht gleich wieder weg. Nein, davon kann man glaube ich schon ausgehen, aber sonst, Burschen, vielleicht noch eine abschließende Frage, also wie gesagt, wir sind jetzt alles so ein bisschen durchgegangen, so fürs Frühjahr, was ist euer Tipp noch, jetzt sind wir wieder bei der Kampfmannschaft, was ist so euer Tipp, ich weiß es ist ein bisschen schwer vorherzusagen, von der Endplatzierung, wo landet man? Der Bellenplatz, Europa Cup, yes, no, oder wird es wieder irgendwas in der Mitte? Platz 4, weil ich glaube, wie gut ist das, wenn jetzt der WRC jetzt, nachdem sie jetzt den Ritzmeier, den Sohlbau unten irgendwo verloren haben, und den Weismann spätestens im Sommer verlieren werden wohl, wenn da eben der Ronaldo-Club aus Spanien ernst macht, dann werden Daze sicherlich einmal einen Knick haben, und die ersten vier, und wenn sie da jetzt eben, wenn sie sicherlich einmal die ersten vier, fünf Runden ein bisschen hängen, und das ist halt unsere Chance, auf die Top 3 zuzugreifen, ob es dann die Top 3 werden, ist dann auch eine Frage, was für ein Adonais, dass man selber wieder qualitativ macht, schwierig habe ich schon, wenn natürlich das Spiel da alles nicht gewinnt, nach Fuhren wegmarschieren werden, Salzburg und der Lask, dessen bin ich mir relativ sicher, dass das eben nach 1 zu 2 ausmachen, davon kann es da ausgehen, und die Plätze 3 bis 6, oder sogar 3 bis 7, die variieren halt, und ich glaube, wenn jetzt die Austria, die ersten zwei frühere Spiele, nicht gewinnt, bleiben so, oder kommen mit Ach und Krach und Sau, fügelig auf, ja, das ist glaube ich nicht so ein unrealistisches Szenario, also dein Tipp ist dann eher so vierter Platz, ich meine, Danke, Video-Shiri, dass du nächstes Jahr kommst, abwarten, das ist wieder ein eigenes Thema, aber das thematisieren wir auch andersmals, dafür ist, dafür ist der Abend zu kurz noch mehr, was meinst du Michi, so dein Tipp, wie geht das jetzt aus für uns, es ist schwer zu sagen, also wenn wir wieder so ein Auf- und Ab-Geschicht haben, wage ich zu sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht wieder runterfallen, dass wir nicht wieder, ich glaube, dass wir über den Strich kommen, ja, aber dann wieder aufpassen müssen, ob wir da nicht wieder in diesen, in diesen Play-Off-Zug, so wie in der letzten Saison, da ist man relativ viel Vogelschnack am dritten Platz gekupft, so gegen Ende von, wie die Play-Offs da begonnen haben, bei der Teilung, genau, bei der Teilung, und ja, nachher ist es dann nicht mehr viel gegangen, also das, ja, die Gefahr sich schon auch, ich meine, persönlich hoffe ich, dass natürlich eine Weiterentwicklung bei der Mannschaft, nichtsdestotrotz noch irgendwo zu sehen ist, in spülerischer Hinsicht, das ist immer so die eine Geschichte, aber einfach, dass man sieht, okay, es geht was weiter, es ist weiterhin, es ist ein bisschen mehr Plan am Feld, nach wie vor, wobei ich muss aber auch sagen, dieses Play-Off in den letzten Europa-Lead-Plots ist sowieso in der Form, wie es jetzt ist, eine totale Katastrophe, ich meine, wenn du das schon unbedingt machen musst, dann wäre mein Vorschlag, passt gut, der Fünfte aus der Mastergruppe, gegen den Ersten aus der Quali-Gruppe, und der, was in der Quali-Gruppe unten ist, hat das Heimrecht, Punkt, und nicht, Erster gegen Zweiter, auch spüle, und dann nicht einmal, zwei Tage später, hast du dann das Hinspüle gegen den Fünften, und das Rückspüle gegen den Fünften, das ist Schwachsgnick, du hast in einer Woche drei Spüle, das ist Nonsens, also ein bisschen, sagen wir mal, liebevoll, unausgereift, ja, das ist total Nonsens, ich sage jetzt mal, wie es dann wirklich weitergeht, wie er umbleibt, weil ich sage auch, so Rapid wird umgefestigt sein, das Jahr, also ich glaube, aus den ersten sechs, werden sowieso nicht mehr außerfallen, im Endeffekt wird es, glaube ich, auch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns mit Rapid sogar, wobei den BRC, ich hoffe es zwar, ich glaube auch nicht, dass man die ganz abschreiben darf, auch wenn sie vielleicht, die ersten drei, vier Spiele, werden sicherlich ein bisschen straucheln, aber ich schätze jetzt, aber ich sage mal, ich würde es nicht ganz abschreiben, deswegen, ich glaube auch, es wird eine enge Geschichte, so zwischen Platz drei und fünf, es ist alles drin, ich glaube nicht, dass wir schlechter, wie fünfter werden, das nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, mit ein bisschen Pech, wenn man so am vierten Platz, vielleicht so knapp in der Rapid einreihen, aber vielleicht, wie gesagt, wenn wir das Momentum haben, und wir ein bisschen Blick kommen, mit Verletzungen, also beziehungsweise eben, dass wir keine Verletzungen haben, natürlich, dann ist auch schon der dritte Platz, also von der Qualität, natürlich schon möglich, natürlich musst du noch abwarten, was passiert noch mit dem Kader, was passiert mit dem Dominguez, kommt vielleicht doch noch einer, mit dem kann er rechnen, also klar, alles Faktoren, aber ich glaube auch so drei, vier, ich sage trotzdem, optimistisch wie immer drei, aber Platz vier ist auch nicht unrealistisch. Ja, nur das Primärziel ist jetzt einmal, hier und jetzt über den Strich zu kommen, fix rechnerisch mit dem Strich zu bleiben, und darum kannst du immer noch in diese zehn letzten Spüle aufkraxeln, so wie es halt geht, aber das Primärziel ist eben wirklich, mindestens einmal Platz fünf, weil wenn uns Hardback auch noch punktetechnisch näher kommt, dann wird es schon wieder peinlich, das muss es nicht sein, nicht als Sturmrein, es ist unnötig, wenn man dann wirklich die ersten zwei, drei Spüle an Stiefeln auf dem Platz zeigen, und dass dann eben Hardback als Sechster und die Austria als Siemter dann wieder näher kommen, das ist unnötig, das ist mehr als unnötig. Stefan, was möchtest du noch? Ich glaube auch, so vierter Platz mit dem Glücksfall nach oben, am Platz und bin ich am Platz nach unten, aber ich glaube auch, ich bin noch bei dir, dass wir um den Dreh rum irgendwo uns einsiedeln werden. Ja, und spätestens, wenn wir das Dreh-Duell gegen die Austria haben und das nicht verlieren, bleibt die Austria unten. Oder stecken die Chancen bei 80 Prozent, dass sie unten bleiben? Genau, und dann hast du auch wieder den Vorteil. Man muss schon sagen, die Austria ist eigentlich schon Mannschaft gewesen, die, was du vor der Saison zumindest die ersten sechs Schuhe einplanen hast müssen. Ja, aber klar, das ist halt wieder, aber du siehst du, das ist halt unsere Liga. Ich meine, das ist das Schöne und das Schlimme dran. Es ist halt wirklich alles möglich. Es kann halt außer jetzt die Salzburger, aber sonst kann halt wirklich jeder, so gut wie jeden schlagen. Nur eins ist halt sicher, dass die Austria so ein kleiner Trainerfräser geworden ist. Ja. Weil die Trainer waren vorher erfolgreich, bei der Austria geht weniger, und nachher waren sie wieder erfolgreich. Also von daher ist es interessant. Wobei, da hast du recht, wobei ich aber da wieder sagen muss, wenn wir bei Trainerfräser sind, ich meine, wir haben ja jetzt auch einen Verschleiß, der sich schon sehen lassen kann. Ja, nur ganz ehrlich, wobei bei uns muss man sagen, wo man die Trainer immer von... Das kommt dann vom Hand halt auch. Was sagst du, weil du musst auf die kürzeste Basis, auf die kürzeste Laufzeit, die Leistung bringen. Das hast du früher nicht gehabt. Klar, das ist natürlich sicher. Das neue System ist schon eine eigene Geschichte. Der Druck ist viel früher, viel größer, aber ich muss sagen, ich bin dem Roman Mehl, ich sage es ihm jetzt echt dankbar, dass er uns jetzt durch dieses unruhige Gewässer eigentlich souverän geschifft hat, dass wir dann wirklich unter die ersten sechs Sekunden kommen, aber wenn du dann, ich glaube, sieben oder acht Heimspiele hintereinander verlierst, dann ist es schwierig, sich nachzuhalten. Ich meine, gut, ausweizig, schön und gut, aber wenn du jetzt daheim sieben oder auch einmal am Stück verlierst, dann ist es natürlich schon leicht zu hinterfragen. Das stimmt. Ich meine, das vielleicht noch zum Abschluss. Ich meine, da muss ich auch sagen, ich meine, es ist, glaube ich, auch ein großes Ziel, dass man jetzt daheim irgendwo wieder so eine Heimstärke findet. Aber da muss man schon sagen, das geht alles, also gerade bei den Heimspielen geht es schon größtenteils schon in die falsche Richtung. Man hat sie auswärts relativ konstant präsentiert, finde ich, also da kann man nicht viel matchen, im Großen und Ganzen. Und dann verlierst du auch am Ende. Ja, und dann hast du halt so Heimspiele, nicht nur gegen die vermeintlich kleinen, aber wo ich mir dann denke, okay, gegen Salzburg, super Leistung, man kämpft, man haut sich ein, das funktioniert, man sieht der Mannschaft am Platz und dann hast du eben, wie du angesprochen hast, jetzt wie so eine Partie gegen Alltag, wo du dich dann fragst, was hat die Mannschaft dann vielleicht mit Schlund zu tun? Ja, das Problem bei dem gegen Alltag da ist, das war einfach bei uns eine, ja, eine Gelassenheit, eine Legatil, da, die Schlangenweiser quasi, und die Alltache, die sind wirklich von Anfang bis zum Ende, gerannt, wie wenn sie um ihr Leben rennen könnten, und mit einem Sidney Sam, klar, der ist auch schon in einem gewissen Alter, aber er kann ja jeder Mannschaft in Deutschland noch helfen, außer Dortmund. Hat er glaube ich selber. Ja, hat er gesagt. Nein, aber wie gesagt, ein Sidney Sam, klar, der ist jetzt für einen deutschen Bundesligisten nicht mehr interessant, aber für einen Verein wie Alltag war es auch Transferbomben, und dass er in Alltag funktioniert, hat man Beispiel gegen uns gesehen. Ja gut, ich meine, wäre traurig, wenn er sich in unserer Liga nicht durchsitzen könnte. Ja gut, der Ailton hat auch bei Alltag gespielt, und das ist auch nicht gerade so von Erfolg geklärt. Ja, aber Ailton ist Legende, der war im Dschungelkanto. Ja, kleines dickes Kugelblitz. Zum Schluss mit einem kleinen Dick. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Nein, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder die Zeit genommen habt. Also, es gibt, ja, einiges zu beobachten, auf jeden Fall. Und, ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Am zweiten, zweitens sind wir gescheiter, weil dann war die Generalversammlung, und dann ist das Transferfest dann wieder zu. So ist es. Und dann geht es ja eh am achten, Gott sei Dank. Dann mal wieder los, also mit dem Cup, beim Raus. Ich hoffe, dass wir da dann nicht gleich die erste Quatschkriegung kriegen. Wenn das passieren sollte, dann werden sich alle denken, das Frühjahr fängt super an, und jetzt kommt noch Mattersburg, und der, und der, und wei. Das darf nicht passieren. Ja, aber wir sind ja nicht so pessimistisch, Gott sei Dank. Das nicht, aber realistisch. Ja, ein gesunder Mittelweg. Nein, einigen wir uns da drauf. Das ist die Realitätsverweigerung. Das ist, wir werden das schon wegkriegen. Ich bin Sturmfan, da geht nichts ohne Schallklappen. Ja, aber man muss halt die Realität jetzt auch nicht zu sehr auf den Fokus bringen. das ist natürlich nicht. Aber ich sage trotzdem, das ist, in unserem Titel, der Kap sich fehlt über Laske und über Salzburg. So ist es. Wenn Sie etwas holen willst, dann, sagen wir mal so, jetzt haben Sie die Gelegenheit, zum zeigen, dass Sie es drauf haben, die Burschen. Und wenn Sie dann den Titel holen willst, dann ist das die Chance. Dann muss das halt irgendwie packen. Egal wie. Genau, und wenn der Laske sein Kader in der nächsten Saison im Wesentlichen halten kann, dann wird es nächstes Jahr auch nicht leichter. Aber okay, wie gesagt, da müssen wir sowieso noch abhalten. Dann werden die Plätze 1 bis 1 und 2, schätze mal, demnächst eine geschlossene Gesellschaft werden. Naja, aber passt eh, bis dahin wird noch ein bisschen Wasser die Mauer runterfließen. Und ich glaube, wir warten einfach mal ab und trinken weiter Tee, beziehungsweise was anderes. Also, von dem her, danke nochmal in die Runde, dass ihr da wart. Und naja, ich hoffe natürlich auch, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei den Lenz TV. Ihr schreibt mir natürlich gern, wie immer, in die Kommentare, was ihr zur nicht heutigen Partie, sondern zu diesem Video eben sagt, was sind eure Meinungen zu unseren Themen. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei den Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Tschau, tschau. Schmitt! 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 Nee, ich war es nicht eingeschalten, die gute Zeit. Hau es zählen die Kamera auf! Scheisse! Schmitt! 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 Schmitt!